Und an der Stelle Entschuldigung, es kann auch nicht immer da sein, im Kopf in Deutschland, im Arsch auf Mallorca, schon wäre es geht aber nicht. Ich wollte es früher mal selbst erinnern. Also ich bin der Trainerin, das ist mir sehr, sehr gut. Ich habe eine gute Arbeit, das ist auf jeden Fall in Norwich. Und ich habe es das erste Mal probiert, als ich 2010 direkt den ersten Tag nach der Erkunft war. Das heißt, wir sind auf jeden Fall in der Fahrrad, wo er einzigartig war. Ja, und deswegen habe ich gesagt, ich habe mich jetzt immer so stündchen. Ja, ich habe gesagt, ich habe mich jetzt immer so stündchen. Dabei kann ich die Leute viel fügiger als auch fügiger. Und wenn ich da eine Führung habe, dann sage ich, ja. Danke, 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 danke.